Auch an dich herzlich willkommen. Ich hoffe, ich kann dir weiterhelfen, dass du genauso ein wunderschön leuchtendes und lebhaftes Sims bekommst, wie bei mir oder auch wie ganz viele andere Sims-Spieler dieses Programm nutzen. In der Videobeschreibung findest du alle wichtigen Links zum Programm, zu den Presets, zu den anderen. Ich habe dir noch zwei weitere größere englische YouTuber verlinkt von denen. Die haben nämlich auch ihre eigenen Presets erstellt und die kannst du dir natürlich auch selbstverständlich kostenlos downloaden. Und ja, eine Überraschung ist von mir auch in der Videobeschreibung drin und da komme ich dann später nochmal hinzu. Aber jetzt zeige ich dir erstmal, wo du das Programm überhaupt downloaden kannst und worum es überhaupt heute geht. Es geht da um den Reshade. Reshade ist ein Programm, das sich wie eine Art Filter über dein Spiel legt und du siehst das alles dann ein bisschen farbenfroher, lebendiger. Du kannst verschiedene Einstellungen machen, das in deinen Farben wählen, wie du willst und das zeige ich dir heute. Und zwar öffnest du deinen Browser, kannst in der Videobeschreibung auf den Link gehen und zwar ist das Reshade Me. Ich habe bisher keinerlei Probleme mit diesem Reshade Programm gehabt, also zuverlässig ohne Ende. Die Installation hat bei mir auch ohne Probleme geklappt und zwar entweder kannst du hier drauf gehen oder du kannst dir das hier alles durchlesen oder du gehst direkt hier unten auf den Button. Wenn du hier drauf gehst, öffnet sich ein Fenster, dann gehst du auf Datei speichern und dann siehst du hier oben, dass der dir die Datei hier reinlegt. Das war's schon. Dass du dann nicht nochmal in den Browser musst, hast du ja unten die Presets verlinkt. Einmal von Urban Sims und Fantasia, die haben beide jeweils verschiedene Presets gemacht. Entweder kannst du dir die downloaden oder als ein Geschenk von mir. Einmal dachte ich mir, das wäre doch perfekt für dieses Video was Eigenes zu machen. Ich habe meine eigenen zwei Presets für den Reshade gemacht und entweder kannst du dir den downloaden. Und einmal als rieses Dankeschön für im Moment 139 Abonnenten, für die vielen lieben Kommentare, für die Videoklicks. Und ich wollte mich einfach mal persönlich bedanken und dachte mir, okay, was kannst du irgendwie als kleines Dankeschön machen? Und dachte ich mir, okay, komm gut. Du versuchst deinen eigenen Reshade Preset zu machen und stellst den dann kostenlos zum Download. Beide Links, das sind zwei Stück, findest du in der Videobeschreibung. Da kannst du draufklicken und öffnet sich dein Browser. Entweder öffnet sich das so oder er macht dir direkt ein kleines Fenster, wo du auf Download klicken kannst. Simphile Share ist kostenlos. Ich hoffe, es gefällt dir. Du kannst dir, der eine heißt Light bei Anders Let's Plays und Shiny Day. Und ja, du kannst dir einen ausruhen. Ich stelle dir die dann auch gleich vor, die Unterschiede. Und du gehst dann einfach auf Download und dann speichert ihr den auch hier rein. Und jetzt zeige ich dir einmal, wie du den Reshade installierst. Das habe ich separat gemacht. Das heißt, wundere dich nicht, wenn jetzt so eine kleine Zwischensequenz reinkommt. Ja, sobald du es gedownloadet hast, machst du einen Doppelklick, gehst auf dieses Feld, gehst auf Browser, ganz wichtig, und suchst jetzt über folgenden Pfad, Steuerungssystem C, Programm 86, Origin Game, The Sims 4, Game, Bin, der ist ganz oben, und nimmst dann TS4 und dann direkt bitte, direkt 3D, 9. Und dann steht bei mir Update, aber bei dir müsste jetzt Installieren dann stehen. Da klickst du drauf. Hier kannst du Effekte auswählen. Habe ich jetzt nicht gemacht, außer diese SuiteFX. Kannst du, da sind einige Sachen bei. Musst du nicht, kannst du. Dabei kenne ich mich aber nicht aus. Du gehst dann einfach auf OK. Und dann ist er da ein bisschen am Rumrödeln. Mach du, du siehst dann hier eine Auswahl an Sachen, die er jetzt übernimmt, die er installiert. Und du klickst dann nur noch OK. Und dann ist er fertig. Du kannst entweder jetzt da drauf gehen, dann macht er dir nochmal ein extra Fenster auf, oder du gehst auf diesen Knopf. Und das war es dann auch schon, wie du das Programm installierst. So, installiert ist er nun. Bei mir war das keine richtige neue Installation, wie ich schon erwähnt habe, sondern es war ein Update. Aber im Grundbezif ist das fast dasselbe. Das sind fast dieselben Schritte. Vielleicht kommt einer noch hinzu. Aber ich habe mich versucht zurückzuerinnern, als ich ihn installiert habe. Das waren dieselben Schritte. Kann natürlich sein, dass vielleicht noch ein Schritt dazu kommt. Das tut mir dann leid. Aber ich denke, das solltest du dann hinkriegen. Gut, wenn du den installiert hast, gehst du in deinen Explorer. Und solltest die gedownloadeten Dateien, also deine Reshade Presets haben, den kannst du dann rein theoretisch löschen. Den bräuchtest du dann nicht mehr. Und wie gesagt, ich lasse ja immer gerne in Bitdefender meinen Virenschutz über die gedownloadeten Dateien. Ich habe jetzt leider keine gedownloadete Datei hier drunter, deshalb zeige ich dir nur den Weg, wo du diese Datei, damit der Reshade die dann auch findet, also das Programm, darauf zugreifen kannst. Und zwar kannst du bei deinem Download-Ordner den dann auf entweder kopieren oder du machst mit STRG-X. Dann gehst du wieder auf diesen PC, gehst auf Systeme C, Programme 86, gehst auf Origin Games, The Sims 4 und In Game. Einmal Bin und das war es auch schon. Das ist derselbe Weg wie bei der Installation, wo du den Pfad suchen musst, wo Sims ist. Da unten ist nämlich Sims. Und du legst jetzt einfach deinen, wie ich jetzt sage mal, du hättest den Light runtergeladen, fügst du den einfach hier in den Min-Ordner ein, nicht hier in einen Leser-Ordner, sondern einfach hier hinlegen. Und du siehst, ich habe ein paar Presets drin, einige von der Freundin. Ich habe aber auch zum Vorführen den von Fantasia, habe meine, beiden, aber du kannst eigentlich nichts falsch machen. Wie gesagt, ich kann dir den Pfad nochmal schnell zeigen. Du kopierst dir die Datei aus Downloads oder schneidest sie aus, gehst auf C, Programme x86, Origin Games, The Sims 4, Game, Bin und machst einfach entweder STRG-V oder mit einem Rechtsklick auf Einfügen. Und da ich jetzt nichts gespeichert habe, kann ich es natürlich nicht einfügen, genau. Und du kannst so viele Presets reinmachen, wie du willst. Du siehst, ich habe hier ein paar, dann hier ist noch einer, dann ist hier was und dann geht es hier weiter mit meinem, wieder was von der Freundin. Und dann geht es hier nochmal ein bisschen weiter. Wie gesagt, du wählst dann immer nur einen aus. So, hast du das gemacht, kannst du deinen Sims starten. Ich habe es jetzt hier schon mal offen, habe hier eben noch gerade eine Einstellung gemacht, sorry. So, dann öffnen wir das Spiel, beziehungsweise wir starten das Spiel. Und du kriegst automatisch direkt hier eine Nachricht, die sollte auch immer kommen, damit du weißt, ah, er ist aktiviert. Er ist aktiviert, er hat ins Spiel eingegriffen. Und das erste, was wir machen, sobald der Startbildschirm geladen hat, ist ein paar Tastenbefehle zu speichern, zu ändern, damit es für dich einfacher ist. Kann gut sein, dass er direkt sagt, hier öffne mich direkt und wird die wahrscheinlich dann auch die ganze Zeit anbleiben. Da ich das schon gemacht habe, geht er bei mir immer noch ein paar Sekunden weg. So, und zwar, hast du gesehen, der sagt dir an, mit welcher Taste du ihn öffnen kannst. Ich habe mir das umgelegt auf Einfügen, weil das eine Taste ist, die benutze ich so gut wie nie in Sims. Und das Wichtige ist, der greift auch nur in Sims und in anderen Games. Zum Beispiel bei Guild Wars ist er auch aktiv, aber ich kann nur in Sims aktiv Sachen verändern. Wenn ich jetzt Einfügen klicke, öffnet sich hier ein Fenster. Das sieht normalerweise bei mir so aus. Ich habe eben noch ein bisschen was experimentiert. Und ja, er wird dir dann wahrscheinlich sagen, hier, du musst die Benutzungsdingungen, die Risiken und sowas akzeptieren. Und dann werden wir ein paar Einstellungen vornehmen. Du hast hier Home, da hast du dann die Auswahl deiner Presets. Du siehst, die werden hier alle eingeführt, aufgelistet. Du kannst dann den einen auswählen und mit Select oder Cancel bestätigen oder abbrechen. Und haben hier Settings. Und das ist das Wichtigste. Was du jetzt änderst, ist hier Overlay Key. Und zwar ist das das, womit du dieses Programm, dieses Fenster öffnest und schließt. Da suchst du dir einfach eine Taste aus. Bei mir ist es Einfügen, wie du hier siehst. Und wenn ich Einfügen nochmal klicke, schließt er es und öffnet es automatisch. An den anderen Einstellungen habe ich nichts verändert. Nächstes Kapitel Screenshots. Ja, es gibt einen extra Bereich für Screenshots. Denn wenn du im Spiel die Taste C drückst, nimmt er dir nicht diesen Filter mit drüber über das Bild. Kann ich dir später mal zeigen, wenn ich das dann mache. Deshalb such dir eine Taste aus. Bei mir ist es Druck. Direkt über dem Öffnen bei mir auf der Tastatur. Du kannst aber jede beliebige Taste nehmen. Ich würde nicht 10 nehmen, weil dann automatisch in Sims auch ein Foto gemacht wird. Deshalb habe ich mir Druck gemacht. Und dann musst du einen Pfad anweisen, wohin der dir die Bilder speichern soll. Du siehst jetzt bei mir, das ist auf C, User, Anna, Documents. Und dann ist es Screenshot, Reshade. Du musst dann hier drauf gehen und auswählen, wohin. Du kannst dann hier eventuell noch den Namen verändern, wie der das nennt. Dann nennt er das jetzt im Moment TS4-X64. Dann macht er das Jahr, den Monat, das Datum. Und dann die Uhrzeit mit Minuten und Sekunden und Stunden. Und wichtig, unbedingt hier einstellen. PNG. Genau. Hast du das eingestellt, kannst du ihn schließen und einfach nochmal öffnen. Und ja, jetzt kommen wir zu dem Einstellen deines Presets. Bei mir ist der jetzt schon Donner, weil ich ihn jetzt ausgewählt habe. Bei dir ist es, du gehst jetzt hier drauf. Wählst den, den du möchtest. Zum Beispiel, du hast jetzt Shiny Day von mir runtergeladen. Dann klickst du den an. Gehst auf Select. Dann gibt es so ein Flackern kurz. Du siehst dann automatisch, müsste es bei dir viel, viel heller werden. Ich kann dir jetzt mal zeigen, den Unterschied, wenn man die Haken rausnimmt, wie Sims aussieht. Nicht erschrecken, es ist ein riesiger Unterschied. Ich finde, es wirkt so mit dem Reshade viel, viel, viel farbintensiver. Ich mache es mal raus. So sieht Sims normalerweise aus. Ein bisschen düster. Würde ich es mal. Ich kann es nicht genau beschreiben, wenn du dann halt den Haken reinmachst und den. Das ist mein Briechset. Und das ist doch mal was ganz anderes. Um dir das genauer zu zeigen, besuchen wir Familie Loha. Meine private Familie. Und die freuen sich schon sehr. Allein hier, ich kann es dir hier auch nochmal zeigen. Und du siehst, es ist schon ein Unterschied. Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich lieb's. Ich habe das damals gesehen und dachte mir nur so, wow, das möchte ich haben. Ich möchte es einfach viel, viel farbintensiver, farbfroher haben. Dass das Wasser aussieht wie schönes Wasser. Ich kann dir das gleich am Pool zeigen von Familie Loha. Und das ist einfach ein Unterschied für Tag und Nacht. Und es wird halt alles schöner. Die Haare von den Sims, die Klamotten. Du siehst es hier zum Beispiel, da ist unsere Ilona und ihre Mama Sophie. Und hier unten steht die kleine Maus, Maggie. Und hier haben wir die Pipa. Meine Tiere liebe ich über alles, auch wenn sie mich ein bisschen zu weißglut im Moment bringen. Sie sind alle adoptiert. Hier unten Schipps. Wir haben adoptierte Tiere genommen. Und ja, sie sind, wie meine Oma immer so schön sagt, die Tiere aus dem Tierheim. Man weiß nie, was die erlebt haben. Die haben alle ihren Knacks weg. Und ich liebe sie trotzdem über alles. Auch die Familie liebt sie über alles. Aber es gibt Dinge, wo ich mir dachte, boah Leute, muss das jetzt sein? Und ja, wie gesagt, Zimmer ist noch nicht fertig, weil ich einfach das Spiel ausgemacht habe, ohne zu speichern. Was mir normalerweise nie passiert. Diesmal ist es passiert und deshalb muss ich das Zimmer neu machen. Aber ich zeige dir jetzt hier auch mal kurz einmal den Unterschied. Und zwar zeige ich das mal kurz im freien Tab. Du siehst, auch der Himmel. Wir haben, ja, es ist einfach schön. Du siehst es, ich finde es halt schön. Man sieht es halt extrem am Reshade ist dieser Baum da hinten, dieser Pink. Und ich werde dir einmal ein Screenshot machen. Und dann halt auch einen machen, wo der Reshade raus ist. Wir machen den wieder auf. Leider habe ich keine Taste, wo ich den komplett mit ausmachen kann. Das habe ich jetzt noch nicht gefunden. Deshalb machen wir das so rum. Und du siehst, das ist schon ein Unterschied, oder? Also wenn du jetzt so guckst. Es ist, ja, ein bisschen trostlos, oder? Also ich kann es nicht genau beschreiben. Es ist halt so, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen trostlos. So, jetzt machen wir wieder an, die zwei Haken rein, die meinen Reshade in dem sind, dann aktivieren. Jetzt kann ich es dir nochmal zeigen. Das sieht doch viel schöner aus. Bitte beachtet die nackige Person dahin nicht. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Phönix. Phönix, wieso läufst du nackig rum? Und ja, das ist wirklich ganz easy. Ich zeige dir jetzt auch gleich dann nochmal meinen anderen. Wie gesagt, du gehst einfach da auf diesen Reiter, suchst dein Preset aus. Das ist der zum Beispiel von Phantasia. Der ist ein bisschen heller. Mir ist er wiederum ein bisschen zu hell. Weil immerhin haben wir 21 Uhr. Und ich finde, um 21 Uhr ist es längst nicht mehr so hell. Aber ich kann dir zum Beispiel jetzt auch mal am Pool kurz das zeigen. Du siehst, das Wasser ist schön blau, wie man es eigentlich von uns zu Hause kennt, wenn man zum Beispiel einen Pool hat. Ich spreche euch mal kurz die Position. Wenn ich jetzt, ich gehe mal kurz auf meinen. Ich zeige dir jetzt nochmal kurz meinen. Zack, du siehst, da ist das Wasser ein bisschen blauer. Weil ich es einfach von der Helligkeit nicht so hoch gemacht habe. Ich finde es aber, jeder kann seinen Reshade einstellen, wie er will. Du kannst ja auch deinen eigenen machen. Wenn ich dir dazu ein Video machen soll, wie du deinen eigenen Preset für den Reshade erstellst, dann schreib mir das gerne in die Kommentare. Dann setze ich mich da gerne nochmal hin und mach und tu und zeig dir das. Und ja, ich finde es halt einfach cool, wenn wir hier nochmal die Haken rausnehmen. Du siehst einfach, das Wasser, das sieht ein bisschen dreckig aus, oder? Ich finde, das sind halt so, ich weiß nicht, wenn man sich jetzt mal so das Haus auch anguckt. Ich finde, es wirkt so ein bisschen trostlos. Also, wenn ich überlege, wie schön, gut, jetzt ist es auch schon sehr Nacht. Das ist vielleicht die Zeit zum Zeigen vielleicht ein bisschen blöd. Aber ich dachte mir, gerade wegen dem Sonnenuntergang ist das doch eigentlich voll schön zu zeigen. Und ja, jetzt wollen wir nochmal meinen Reshade richtig aktivieren. So, und ist das nicht schön, das Wasser? Das sieht doch viel schöner aus. Guck mal, wie schön der Sonnenuntergang ist. Das wird morgen wunderschön in den Sims, weil dann allein diese pinken Bäume kommen voll schön zur Geltung. Auch die ganzen Hausfarben, alle Farben, die es in Sims gibt, die werden intensiver. Auch im Käs greift der Reshade. Und ich finde es einfach, es ist nicht nur die Umgebung, sondern auch die Sims werden einfach leuchtender. Ich kann dir jetzt zum Beispiel mal ihre Augen zeigen. Siehst du auch hier ihre Augen. Wir gucken uns mal die Sophia nicht wundern. Die war in der Sonne und hat sich ein bisschen gesonnen, deshalb ist sie ein bisschen dunkel. Auch die Haare. Man sieht die Strukturen einfach viel, viel extremer. Und es macht einfach so viel aus, wenn das einfach, ich finde es ist einfach leuchtender. Allein jetzt mal davon abgesehen, dass der Himmel extrem leuchtet, weil das Wetter schön wird. Und es ist einfach, ich kann es dir auch an den Bildern zum Beispiel zeigen oder hier, der Nate, der war auch in der Sonne, der war noch länger in der Sonne als die, der Nate, der Logan, sorry Logan. Und du siehst allein sein Shirt, wie schön das leuchtet oder hier zum Beispiel das Bild mit den Wölfen. Das kommt halt ganz anders rüber. Genau. Wir können auch kurz einmal in den Cast, dass du den Unterschied siehst. Schau, so sieht sie aus. Und wenn ich ihn jetzt deaktiviere, nehmst du die Filter rausnehmen, siehst du direkt, es wirkt ein bisschen trist. Ich finde, es leuchtet einfach alles viel, wo ist das DPX da, viel schöner. Schau dir die Farben an, die leuchten. Die Sims, die Haare sind schön braun und nicht so ein Matschbraun, wenn ich sagen darf. Also ich finde es schön, wenn du siehst, es greift überall. Du kannst entweder meine beiden dir runterladen. Ich zeige dir den anderen mal. Ich habe einen anderen auch noch, der heißt Light. Der ist, nicht wundern, extrem anders als der andere. Der ist so ein bisschen, wie soll man es sagen, ja, anders als die Farben. Du siehst trotzdem, es ist ein riesiger Unterschied zum richtigen Game. Nur habe ich halt hier viel, ja, ich kann es nicht beschreiben. Da kommen halt die Brauntöne mehr raus. Es ist so ein bisschen cartoonwiesig, würde ich beschreiben. Ich kann es nicht genau sagen, deshalb habe ich dir beide, ja, zum Download reingelegt, dass du dich entscheiden kannst, welcher dir besser gefällt. Und kostenlos zum Download als kleines Dankeschön für deine Treue, für deine lieben Kommis, für deine Liebe, dass du auf meinem Kanal bist, für deine Unterstützung. Auch für die Sims YouTube Community ein riesen, riesen Dankeschön, dass ich euch kennenlernen durfte. Und wir so eine schöne kleine Familie geworden sind, auch wenn wir nicht in dem Simbluts verwandt sind. Und da sind so nette Personen drin. Du siehst, es ist halt so ein bisschen rustikaler, würde ich es jetzt auch nicht so betiteln unbedingt. Moment, ich kann ja nochmal den anderen machen. Das ist ein Unterschied. Also ich spiele aktuell mit meinem Shiny Day, weil ich den, ich finde ihn leuchtender. Und ich mag dieses helle, fröhliche Leuchten. Und als Kontrast für den anderen habe ich den anderen halt erstellt. Und jeder, der mag, kann sich, egal welchen, downloaden. Sie stehen zur Verfügung. Sie werden auch immer aktiv bleiben. Und ich finde es einfach wunderschön. Es macht so viel aus, wenn du in deinem Spiel ein Reshade hast. Allein hier unsere kleine Maggie. Ihre süßen Augen. Kann ich dir nochmal jetzt zeigen. Ohne Reshade. Sind halt nicht so schön türkis, wie wenn man halt einen Reshade drauflegt. Hallo! Und das macht halt schon ein Ohno-Shade, finde ich. Also wenn ich sie mir so angucke, ihre Euklein. Das, ja, es macht halt schon einen Unterschied. Und ich spiele sehr gern mit Reshade. Und es war wirklich kein Hexenwerk, den zu installieren. Dann schau dir in Ruhe das Video an, Schritt für Schritt pausierst dir. Du kriegst es hin. Wenn nicht, schreib in die Kommentare, dann versuche ich dir zu helfen. Oder ich werde dir auch noch zwei weitere, ein oder zwei, ich bin mir noch nicht sicher, welches Video ich nehme, in der Videobeschreibung verlinken von englischen YouTubern, die das richtig installiert haben. Ob die dann genau den Reshade.me haben, weiß ich nicht. Da müsste ich genau gucken. Ich versuche dir aber eins zu verlinken, dass den Reshade.me, den ich auch benutze, auch benutzt. Genau. Genau, ich habe dir gezeigt, wie man ihn installiert, wo du den Preset runterladen kannst, wo du den dann hinpacken sollst. Wenn du das Game startest, wird er dich fragen, hier, akzeptiere mal die Bedingungen, Risiken, die eventuell auftreten können, wenn du ein bisschen Blödsinn baust. Dann habe ich dir gezeigt, wo du die Home-Taste, damit du dieses Menü direkt öffnen kannst, jederzeit, wann du es willst. Wo du das machst, ich meine, du klickst rein und drückst einfach die Taste, die du möchtest, bedenke. Allein, wenn du jetzt zum Beispiel die Taste Windows nimmst, neben Alt, dann macht er dir das Spiel zu. Deshalb, du solltest eine Taste nehmen, wo du weißt, Sims hat damit nichts zu tun, dein PC hat damit nichts zu tun, Windows spielt da nicht mit rein. Deshalb habe ich bei mir Einfügen genommen, weil da passiert einfach nichts. Drucktaste. Bei mir für Screenshots macht dir einen Ordner, beziehungsweise, wo der hin soll, ich glaube, den Ordner erstellt er dir automatisch. Du musst nur einen Pfad angeben, wo er den Ordner dann hinspeichern soll. Du könntest eventuell den Namen der Bilder ändern. Ich habe das so gelassen. Das Wichtigste ist PNG. Und was er macht, wenn du einen Screenshot machst, er macht dir hier so ein kleines Bild rein. Das macht er dir, glaube ich, auch in dem Modus. Wo er den Screenshot speichert. Heißt, falls du es vergessen hast, hast du immer die Sekunde, er hat es da und dahin gespeichert. Genau. Dann hoffe ich, ich konnte dir das mit dem Reshade ein bisschen nahe bringen. Ich werde wahrscheinlich jetzt mal in den Tag noch spuren und dir da dann nochmal den Unterschied zeigen. Weil jetzt haben wir 21 Uhr und werde dir da nochmal den Unterschied zeigen, dass du es auch mal siehst, wie es vielleicht so gegen 11, 12 Uhr ist. Vielleicht werden wir auch nach Solani reisen, weil ich finde, da ist immer nochmal ganz anderes Licht auf Solani. So, es ist 10 Uhr 17 und ich wollte dir jetzt nochmal zeigen, wie es aussieht, wenn es Tag ist, Morgen und es ist nicht wunderschön. Ich mache jetzt mal hier eine Sperre rein, dass wir wissen, wo die Position ist. Du hast es gesehen. Jetzt nehme ich die Haken wieder raus. Wenn du, was mir eben noch eingefallen ist, wenn du deinen eigenen Herstellst, also deinen eigenen Preset erstellst für dein Spiel, kannst du das hier unten machen über den Haken, kannst bestimmte Sachen wählen. Aber wie gesagt, wenn du ein genaues Video haben willst, wie du deinen eigenen erstellst, dann sag mir gerne Bescheid, schreib es in die Kommentare. Ich versuche das dir wirklich gerne zu erklären. Und falls dieses Fenster bei dir geöffnet sein sollte, kannst du das einfach hier mit Performance Mode haken rein und dann ist das geschlossen. So, ich zeige dir das jetzt nochmal ohne. Also einmal die 5. Tada! Und du siehst allein das Wasser, das Haus. Ich finde es halt so schön. Das Wasser kommt gut zur Geltung. Es wird richtig so ein schönes Blau. Der Himmel wird blau, nicht so grau. Allein die ganzen Bäume werden schön leuchtend grün. Und ich finde, es macht einfach so einen Unterschied. Ups, sorry, 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 falsche Taste. Schau dir das doch mal an, was ein Unterschied. Nochmal als Vergleich. Es ist doch ein Unterschied wie Tag und Nacht, oder? Also kann natürlich sein, dass ich einen Knicks in der Optik habe und einfach, weil ich den schon so lange nutze, da nicht so genau was zu sagen kann. Aber ich finde, mit so einem schönen Reshade darüber sieht das doch so schön aus. Allein hier unsere Beth, die hier langläuft. Du siehst genau, die hat ein schönes türkisnes Oberteil an. Und ich finde es einfach so schön. So, unsere kleine Maggie und unsere Sophie sind nur zu Hause. Die macht hier gerade die Pipa sauber. Unsere Post ist da. Und die Ellie Rainbow ohne CC ist unsere Haushaltshilfe. Ich würde sagen, wir reisen dann mit den beiden Süßen gleich mal an den Strand, dass du auch nochmal siehst, wie der Strand aussieht. Und ja, dann zeige ich dir das nochmal. Und dann denke ich, hast du alles Sehenswerte gesehen? Ich finde einfach, es macht viel mehr Spaß. Die Farben sind so schön dadurch. Dadurch, du siehst auch, das greift hier in der Weltenübersicht. Und jetzt zeige ich dir nochmal Solani. Weil ich finde, an Solani kann man das schön sehen. So. Da bei mir alle Grundstücke bebaut sind, weil es so mein Bau und Vorführgrundstück ist. Wobei wir könnten hier zu dem Strand gehen. So, ihr Süßen. Und da es Bullen warm ist, müsste ich euch kurz einmal umziehen, dass ihr mir jetzt kaputt geht, wenn ich babble. Wegen dem Wasser. Ich fühle mich wie in der Karibik. Ich war noch nie in meinem Leben in der Karibik. Aber ich finde, so sieht Karibikwasser aus. Allein du siehst, dass da Delfine sind. Zwar jetzt nicht ultra scharf. Jetzt sind sie weg, weil ich mit der Kamera gekommen bin. Aber ich kann dir jetzt hier auch nochmal den Unterschied zeigen. Wenn ich die beiden Haken raus mache, wie das aussieht. Ich finde, es macht schon einen Unterschied, oder? Und du kriegst diese Farben durch den Reshade auch nicht mit Nacharbeitung deines Videos irgendwie hin. Dass du sagen kannst, okay, du machst das Video einfach ein bisschen heller. Das sind halt ganz andere Farben. Und ich finde, das ist einfach so, so, so schön. Ich kann es nicht anders sagen, also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Wer es möchte, der macht sich ein Reshade rein. Es wirkt einfach viel schöner. Man sieht auch viel mehr allein, wenn es dunkel sein sollte, sieht es viel schöner aus. Und wie gesagt, alle wichtigen Links findest du in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, die Maggie wird unser Schluss sein. Maggie, willst du mal winken? Hm, Süße. Wie gesagt, alle wichtigen Links in der Videobeschreibung, wo du den Reshade an sich downloadest, wo du meine beiden Presets findest und downloaden kannst. Mach das gerne, wenn sie dir gefallen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wie gesagt, als kleines Dankeschön für die Riesenunterstützung, diese Rieseliebe, die ich bekomme für meine Videos. Das macht mich so happy. Es ist so ein schönes Nebenhobby. Vor allem, da ich studiere und viel mit Lernen zu tun habe, macht es natürlich umso mehr Spaß, dann schöne Videos zu machen. Beziehungsweise Videos zu produzieren. Ob die jetzt in deinem Sinne schön sind, ist was anderes. Aber genau, ich habe dir von Fantasia den noch reingemacht. Den kann ich dir gerade nochmal zeigen, dass du einen Unterschied siehst zu meinem. Da, du siehst, es ist ein bisschen heller, aber nicht so farbkräftig, würde ich jetzt sagen. Ich finde es auch ein sehr schöner Preset. Ich habe auch mal einen Tag in dem gespielt, aber mir fehlt da so ein bisschen mein Leuchten irgendwie draus, wie du schon jetzt mitbekommen hast. Und ja, wie gesagt, ich habe Light, der sieht so aus, den kann ich dir jetzt hier auch nochmal zeigen. Der ist ein bisschen anders. Wie gesagt, da sehen die Sims auch ein bisschen anders aus. Die Farben sind anders. Wie gesagt, du kannst dir einen der beiden ausruhen oder du lädst dir beide runter, machst dir rein und guckst an, was dir im Spiel besser gefällt. Und Light bei ALP, Anders Let's Play und Shiny Day. Und mein Favorit ist Shiny Day, mit dem spiele ich jetzt die ganze Zeit. Und ich finde, da wirkt alles so schön. Oh, ich liebe es. Ja, ich liebe es. Ja, dann denke ich, habe ich dir alles Wichtige erklärt. Ich werde dir ein Video raussuchen, wo jemand eine richtige Installation vornimmt von dem Reshade Me Programm. Aber an sich sollte es nichts anderes sein, als wie bei mir diese Aktualisierung. Das sollte komplett, vielleicht ist ein Schritt, der nicht dabei war, aber ich meine, das sind genau die Schritte. Dann bedanke ich mich wieder ganz, ganz herzlich bei dir, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, ich konnte es dir gut erklären, nahe bringen, wie das so funktioniert, was er kann und so weiter und so fort. Und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen und ein Kommi freuen. Natürlich alles freiwillig. Und wenn du mehr Videos von mir sehen willst, dann abonnier doch gerne den Kanal und aktiviere die Glocke. Da freue ich mich immer sehr drüber, wenn ich sehe, ein neuer Abonnent. Und ja, wir haben nicht mehr viel, dann sind sie 140. Und als riesen Dankeschön kannst du dir gerne den Preset downloaden. Und ja, ich hoffe, dass es noch viele weitere Videos werden, weitere Abonnenten, dass wir weiter wachsen. Und ich freue mich sehr, habe vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß mit dem Reshade bei dir, beim Experimentieren, beim Aussuchen, welchen du nimmst. Kannst du mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Preset du dir nimmst für dein Spiel. Würde mich sehr interessieren. Und dann sehen wir uns in einem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Und dann sehen wir uns in der Zwischenzeit. Vielen Dank.